Vincent Weiss sieht Mädchen im Publikum, und handelt sofort. Es gibt Künstler, die scheuen die direkte Interaktion mit dem Publikum. Sie stehen auf der Bühne, singen ihre Lieder, machen mit Sicherheit auch eine Tollshow, wirklich überraschende Momente jedoch gibt es selten. Und dann gibt es Künstler wie Vincent Weiss. Der 31-jährige Sänger Feuerwerk, ein Wunder, scheint den Kontakt zu seinen Fans richtig zu genießen. Das zeigt auch ein aktuelles Video bei Instagram. Dort sehen wir Vincent Weiss während einem seiner Konzerte. In der ersten Reihe sieht er ein junges Mädchen mit einem Plakat. Darauf zu lesen, tausche Armband gegen Foto. Ein fairer Deal, dachte sich wohl der The Voice Kids Sieger Coach von 2024 und nahm sich die Zeit für seine Anhängerin. Vincent Weiss entdeckt Plakat und handelt sofort. Die konnte ihr Glück kaum fassen, zog sich schnell das Armband vom Handgelenk und schenkte es dem Sänger. Und auch Vincent Weiss hielt sein Versprechen, posierte breit grinsend fürs Foto. Eine tolle Erfahrung für den begeisterten Fan, der direkt nach dem Foto in Glückstränen ausbrach. Die Aktion kam auch bei den Fans gut an. Einfach nur so viel Liebe dafür, dass er die Plakate beachtet, heißt es da beispielsweise. Oder, ich finde das so süß. Und wie sie sich am Ende gefreut und vor Freude sogar geweint hat. Wir lieben dich dafür. Danke, dass du die Plakate nie ignorierst und immer für sowas da bist. Du bist einfach der Beste. Und wie sie sich am Ende befinden. Untertitelung des ZDF, 2020